Fahre elektrisch, trenne deinen Müll, ziehe einen Pullover an und heize auf 19 Grad, spare deine Kilometer und geh zu Fuß für das Klima. Warum müssen wir für die Allgemeinheit sparen, während die Olympischen Winterspiele in Peking auf Kunstschnee stattfinden, Skipisten bis Mitternacht beleuchtet sind, damit Spätaufsteher nachts fahren können, die Lufthansa 8000 Leerflüge durchführt, um ihre Slots zu behalten, die meisten großen Fußballspiele abends unter Scheinwerfern, Mega-Flutlichtanlagen stattfinden, die an einem Abend so viel verbrauchen wie eine Kleinstadt das ganze Jahr über. Die acht, neun riesigen Fußballstadien, die die Weltmeisterschaft in Katar austragen sollen, sind in einer Wüste klimatisiert. Hunderte von Lastwagen fahren, um Obst und Gemüse aus Spanien zu bringen, während regionale Produkte in den Müll wandern oder von Bulldozern zerquetscht werden. Das größte Kreuzfahrtschrift der Welt wird 7000 Passagiere und 2300 Besatzungsmitglieder herumkutschieren und auf dem Meer kreisen. Etwa 3500 Containerschiffe fahren auf der Welt und verbrauchen 28.000 Liter Heizöl für 1000 Kilometer. Milliardäre gönnen sich Weltraumreisen zu astronomischen Bedingungen und währenddessen verbieten wir aus ökologischen Gründen Leuten, die ein Auto mit Diesel oder Benzin zu fahren, die sich kein anderes Auto leisten können und auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren und schlagen vor, die Heizung um ein Grad herunterzudrehen. Wer wird hier ernsthaft verarscht?